Okay, da sind wir wieder, die TastyFiveGums mit einer neuen Runde Counter-Strike. Yo, Glockenstänze, herzlich willkommen. Yo, Leute. Diesmal nicht wie nicht mal der gewohnte Jan, sondern diesmal spielt der Felix. Ja, und der Thomas natürlich wieder. Ja. Der geilste Typ im ganzen Universum. Ja, du bist natürlich der geilste Typ, Thomas. Ja. Also, ich glaube, die Folge, die werden wir so nennen, also als Grund nennen, warum ich nie Counter-Strike spielen werde auf diesem Kanal. Weil ich einfach so grottig schlecht bin, sage ich mal, auf dem Computer, wie Jan, glaube ich, letzte Folge gesagt hat. Hast du dich gerade wirklich schon selbst getestet, so? Ja, ja, ich hatte gerade die erste Runde aufgenommen, da hatte ich einen 9-7. Wow. Ja, nicht so brillant. Was hast du denn gespielt? Gelegenheit-Spiel oder Death-Nedge? Ja, ja. Erste Runde Wettkampf verliert. Ja, richtig krass. Wir müssen mal gucken hier, wie das alles geht. Ja, ich zeig dir denn erstmal, also, entfernen ist meine Lieblingsnette, ja. Ähm, ich zeig dir denn erstmal, wo es so lang geht, ähm, die ganzen Autos heißen. Ja, ja, zeig mir das mal. Ja, ich zeig mir das mal. Ja, ja, ich zeig mir das mal. Ja, ich zeig mir das mal. Hast du ein richtig geiles Bild, Thomas? Wo? Na, dein Steam-Bild. Ja, voll geil. Aus welchem Teil sind das? Äh, der zweite, glaube ich? Ja, doch, der zweite. Okay. Okay, wo bist denn du? Nee, das ist ja der KC. Wo bist denn du? Ich bin immer noch im Spawn. Ja, ich bin jetzt auch im Spawn. Ja, okay. Komm mit. Okay, dann sag mir, warte, ich kann mich gar nicht untersteigen. Okay, du bist da. Der beste Weg ist eigentlich, ähm, wenn wir bei dir starten, also vorerst, ähm... Was machst du denn da jetzt schon wieder? Ja, da war gerade einer. Ja. Sag an. Also, Jan und ich, wir gehen meistens immer hier lang, durch Hausmeister. Entweder du gehst hier durch, durch die Tür. Ja. Meistens immer sicherer, damit du nicht von der Mitte weggesnackt wirst. Und dann gehen wir meistens immer durch Hausmeister. Also, das nennen wir Hausmeister hier. Ach so, durch die Häuser. Ja. Ja. Da würde ich messern. Naja, ist egal. Ich habe ihn getötet. Ähm. Okay. Ähm. Ich laufe dir einfach hinterher. Ja. Okay, ich werde auch nicht messerschwingend hinter die Herlauf. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ich würde sagen, wir laufen gleich da lang, was ich gerade erzählt habe, auf der rechten Hand. Ja, lauf du mal vor. Ja. Okay, da sind doch nicht schon mal zwei welchen Weg. Einer ist hier drin. Ich bin tot. Da ist einer, es sind zwei, es sind zwei, pass auf. Der hat zwei oder drei. Okay. Oh, der kam von hinten. Ich kann schon sehen. Das ist ja der beste Start der Welt. Auf jeden Fall. Ich war ja gestern noch im Kino. Ja, habe ich mich erstmal schön. Guardians of the Galaxy. Ah, der ist definitiv geil. Hast du ihn auch schon gesehen? Oh ja, habe ich mich schon angeguckt. Ja, war richtig geil. Ich fand das... Ja, das ist sowas von lustig, Alter. Ich fand den Baum so geil, Alter. Wen? Den Baum. Achso, ja, der Baum ist so geil. Ich fand die Stelle lustig, wo der auf einmal, wo die im Raumschiff sind, der eine, äh, der Baum mit seinem Arm durch die ganzen geht, also durch die Bäuche von denen und dann alle nochmal gegen die Wand schlägt und dann am Ende so grinst. Ja, das Grinsen war geil. Ja, der Baum ist voll lieb und er war immer richtig brutaler Junge. Okay, jetzt gehen wir Bananen. Das nennen wir so, Nananen. Ja, okay. Das griffst gar nicht so. Die sind bis zum Kreis. Loil. Die Granatik ging aufs Haus und dann ist sie abgeprallt. Was machen wir an der nächste Runde? Ich weiß auch nicht. Lass doch danach wieder durch Hausmeister gehen. Ja, okay. Und warum heißt das Banane? Was ist? Warum heißt der andere Weg Banane? Sagst du einfach, äh... Ja, und hält sich einfach geiler an. Und das ist auch, ich glaub das ist sogar so benannt. Wenn man das nicht mehr schlägt hat, ja. Anscheinend haben wir auch welche aus nem Clan bei uns drinnen. Hier dieser SOM-Clan. Ja, stimmt. Und welches Level bist du gestern noch bei Destiny geworden? Ähm, ich bin jetzt Level 11. 11 schon? Ja. Krass. Hast du mal Multiplayer probiert? Ja, ich hab eine Runde gespielt. Und? Ja, wie gesagt, ich kannte es ja schon durch die Beta und, ähm... Joa... Ganz so kräht. Ich hab da gerade nur irgendein Stimten gehört. Ja, Jan ist auch dabei. Warst du schon auf der Venus? Er fragt, ob du schon auf der Venus warst. Ja. Und? Neumals. Okay, jetzt hol ich mir ne UMP. Okay. Was holst du dir? Ich hol mir ne UMP. Okay, mach ich auch. Okay. So. Erstmal ausrasten. Erstmal... Jan, Jan droht schon wieder mit seinem Stempel. Wieso? Wo jetzt lang? Wir laufen wieder aus, Möchner. Okay, läufst du vor, oder soll ich als... Soll ich vorwarten? Okay, da sind welche. Wollen wir hier warten? Nee, ich bin glücklich. Soll ich, soll ich vorwarten? Nee, 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 nee. Immer zurück. Immer zurück. Ich hab ne Bombe... Ach nee. Ach, hast du mir die Bombe gegeben? Nee. Okay. Ich hab die Bombe auf jeden Fall. Ich hab einen. Wo bist denn du langgelaufen? Bist du wieder zurückgegangen? Ah. In zwei Tunnel. Zwei Tunnel. Oh, Leute. Ja, genau, da meinte ich. Okay. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Wollen werden wir richtig verkacken. Ich glaub auch. Jetzt, wo jetzt lang? Wieder? Ähm... Ja, ich denke mal, B wird es nicht lohnen. B lohnt sich nicht. Let's go, let's go! Ich laber den Schildern. Jan winkt hier schon wieder. Wform. Warte, warte. Ich hab mal慣. Okay, der, der kämpft hinten im Gang. Ich gucke auf den langen Gang. Aber jetzt mal. Schmau. 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 Ok. Längs kann ich auch keinen erkennen hier durch den ganz kleinen Spalt. Da muss man Flash werfen. Schmau. Da ist einer. Oder sind es bald. Was ist das? Ne, stimmt nicht. Ich finde die Counter-Terrorists viel besser als die in der Movie. Aber sie sind zwei glaube ich, oder? Ja, das ist gut. Der war ja gerade nicht so Bombe. Oh, was? Eines gegen zwei, Thomas. Ja, ich nicht. Wir werden bei der Bombe klemmt mal irgendwie, das ist gut. Ja, hol dir erst mal die Bombe. Die Pflanze verdeckt aber die scheiße Sicht. Da hast du die Föhn mehr. Ja, okay, ach, die Föhn mehr sind die Föhn mehr. Da ist einer. Oh. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, das war gerade so hart. Haha. Nein, wir sind, das ist schon mal ein Krieg gemacht. Juhu. Geh wieder in den gleichen Weg? Ja. Ich habe auch ein paar Grad mit Granat... Herrwolle. Herrwolle. Granat hat er mitgenommen. Blaschen wir... Ich habe auch eine. Nein, es ist nichts... Ich habe auch eine... Ich warte, warte, warte. Ich warte, ich flasche. Blaschen! Einer im anderen Raum. Wo ist einer? Sind du tot? Nein, ich hab da einfach stehen. Weiter geht's? Nee, 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 warte. Ah, hinter uns, hinter uns, hinter mir. Der kommt von der Treppe, wo wir herkamen. Rechts also, glaub ich. Na scheiße, man, das ist ja gar nicht so ne Wichse, man. Weißt du, im Gang hat einer gehofft, da kam noch einer. Ja, genau. Ohne Straße, ich guck wieder kotzen, man. Weißt du? Weißt du, er hat uns verloren. Weißt du, er hat uns verloren. Ja? Und dein Urteil nicht über mich. Das schafft der nicht. Der hat's dreck gesagt. Der hat's dreck gesagt. Der hat's dreck gesagt. Hey, lol. War gut gesehen. Oh, oh. Jetzt noch ne Granate und er ist tot. Komm, eine Runde, eine Runde müssen wir noch gewinnen. Oh mein Gott. Was hol ich mir jetzt mal für ne Wach weg? Ich hol mir ne AB, geh ich mir einfach behindert im Kopf. Ja, ich hab ne AB. Also, bleib mir wo lang. Ja, dann würd ich sagen, du stellst dich Mitte hin. Mitte hin. Okay, und wo? Wo ist Mitte? Zeig mir Mitte. Ich staunt dich einfach. Ich stell dich einfach hier hin. Stell dich einfach hier hin und guck's ob ich im Gang da bin. Mach die Begründung an. Genau. Da. 1... 2... Achso, ich dachte grad schon. Oh, da kennt ja einer. Boden. Nein. Nein. Oh mein Gott. Ah, ich bin so im Scheiß im Kopf. Oh, Junge. Hat mal behindert. Mir gibt immer das Kinken, ja. Unter deinem Stuhl. Ich bin tot. Ja, meine Arme... Achso, wo bist du jetzt, Bart? Du machst es gut. Jetzt bist du jetzt hoch. What the fuck? Tja. Du passt zu Felix, ne? Ach. Ich würde die Leute spielen, wie das so sind. Oh, ich dich der... Jawohl, komm schon. Hä, warum? Weil der dumme ist. Ah, das war so... Alter, der hätte den mir ein wenigstens machen können. Gucken. Okay, also... Ich bin letzter. Juhu. Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Warum hat der nicht getroffen? Das... Das ist einfach nur Python. Oh, 4 zu 5 ist nun heute vorgestellt. Ich gehe längst. Der ist zufrieden. Nee. Also... Nee, bestimmt nicht. Okay, sag mir mal, welche Waffe du immer nimmst. Ja, ich hol mir jetzt zum Beispiel eine Aqua. Wollt ihr dir immer die UMP? Hab ich gesagt, ich hol mir eine Aqua, du Mongo. Achso. Gut, gut. Gut, gut. Okay. Ja, ja. Gern. May we be safe from me, bro? In der vorigen Runde war ich besser. Ja, das war ja auch interessant. Da war einer, da ging es ja um nichts. Achso, einer. Alter, wie kann ich gleich totbrennen? Wieso... Wieso... Wieso läufst du auch vor? Ich dachte, er wäre geflasht. Nein. Ach, Mann. Ich finde die Map irgendwie... Also die Map finde ich trotzdem... Also ich finde zwar scheiße, aber die Map finde ich trotzdem kack. Ich finde irgendwie... Äh... Ach, wir haben einmal wenigstens... Wir haben einmal gewonnen. Ja, da ist Thomas abgegangen. Thomas hat... Thomas ist... Thomas ist... Ritter. Wo bist du? Was ist denn Musik? Nee, steht da ja wieder. Hallo. Let's go! Weißt du nicht, wenn du nicht... Äh, lieber, lieber, lieber. Oder verständlich. Weißt du nicht, wenn du lachst? Ja, ich freue mich immer sehr, wenn ich lache. Das ist schön, glaube ich. Nein. Da oben. Da hast du zugeschrieben. Boah, Ottomann an. Der ist eh da. Aber die habe ich... Flasht. Schreibt einer Hacker. Immer... Alter, was hast du denn für ein Schicht erschwert? Von hinten. Von wo? Von hinten. Ja, von Mitte. Über der Zwischench... Von hinten. Ach, mei. Alter, ich... Scheiße, die... Da kannst du mal sehen, wenn ich nicht spiele. Da haben wir rausgekommen. Ja... Wenn Jan spielt, sind wir noch schlechter. Ja, bestimmt. Bestimmt. Da hat man schon zu dir jetzt schon gewonnen, Junge. Das weißt du genau, Thomas. Ich versteh dich nicht. Ich versteh die Folgen an. Aber nicht immer weiter als du. Okay. Lass mal einen Molotow rein. Jetzt auch gar deine Fähigkeiten. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Ich brauch jetzt mal gleich geworfen. Da. Ne, nicht da. Da. Ne, nicht da. Ne, nicht da. Ne, nicht da. Ich hab' keinen Falle erwarten, wo du jetzt durchgekriegst. Ne, nicht da. Leih. Wo meinst du weg? Hab' ich doch! Einfach umdrehen. Es muss dich mal umdrehen. Es muss dich mal umdrehen. Sehr gut. Hier ist im Tunnel. Hier ist im Tunnel. ja weil ich keine ahnung ich bin in dem kopf ja thomas in der ersten runde als ich die erste runde gespielt habe da bin ich reingejoint da war ich natürlich richtig scheiße habe ich gleich was gezogen was hast du gezogen eine abgesägte schrotflinte ins kind im du hast was gezogen meinst du hast etwas gebrochen ja oder so von oben aber was das denn für ein schmuck für ein schmuck wo stand der denn der einzige der mich immer killt ist dieser Gamer kommt mich auch mich auch ein anderer kippen machen man das ist wirklich scheiße ja die schweizkern tötet ihn nicht das ist auch krass genau vorhin und trotzdem nicht lassen wir jetzt den anderen weg gehen ja 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 jawoll er ist durchgezogen das wollte ich nicht hä warum sind morgens zwei angriff ich wollte mir das messer angucken das obergeile hammermesser das noch stehe da steht da steht doch blieb blieb ein blieb 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 schweizkern Und deine Filz-Sieg auf der SG, ne? Niemand wird vermuten, dass er hier zu mir wird, wenn die Filz schon ist. Bist du schon tot? Ne. Nein. Gib meinen Namen weiter. Wir werden wahrscheinlich gleich, wenn wir merken, dass ihr alles hier ist. Oh! Lass uns zurück! Lass uns zurück! Lass uns zurück! Lass uns zurück! Naja, ich hab ihn einmal getroffen. Ich hab ihn einmal getroffen. Das finde ich voll krass. Der alte Otto, Mann! Oh!